Tja, und auf die jetzige Sendung freue ich mich ganz besonders. Nicht nur, weil Sie hier viel, viel Geld sparen können, denn Sie sehen es ja hier schon, wir sind in unserem großen Pearl-TV-Lagerverkauf. Ich freue mich so besonders, weil wir haben jetzt Helferlein, die eigentlich die ganze Hausarbeit von alleine machen. Für uns, für Sie. Ja, Sie haben richtig gehört. Und wer träumt nicht davon, ja? Ein kleines Helferlein, das über Nacht kommt, den Boden fegt und sauber macht, das klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, und meistens kann man sich aber leider diese Helfer, diese Reinigungsroboter, überhaupt nicht leisten, weil die sind unglaublich teuer, muss man ganz klar sagen. Und da überlegt man schon ein bisschen hin und her. Und man hätte dann vielleicht ja gerne einen für die Fenster, einen für den Boden. Heute im Lagerverkauf haben wir unsere tollen Versandrückläufer für Sie. Und das sind Produkte, die zum Beispiel schon mal bestellt worden sind, wo die Leute gesagt haben, oh, ich habe aus Versehen zwei bestellt oder waren vielleicht zu Hause auch nicht anzutreffen, als der Paketbote dann da war. Und die kommen natürlich zurück zu unserem Mutterkonzern, zum großen Versandhaus Pearl. Die haben wirklich viele, viele Millionen Kunden. Und da kann es immer mal passieren, dass dann Pakete zurückkommen. Davon profitieren Sie jetzt, liebe Zuschauer, weil Sie bekommen diese tollen Versandrückläufer zu Wahnsinnspreisen. Wir haben da nochmal richtig die Preise nach oben gedrückt. Und da möchten wir Ihnen einige von diesen tollen Helfern zeigen. Unbedingt. Gehst du mal an unser tolles Regal? Ich will an unser Regal. Und bei dem ersten muss ich ja dazu sagen, Katja und ich besitzen bereits einen. Wir waren so blöd, wir haben für den vollen Preis noch einen gekauft. Aber ich muss dir sagen, das war mir jeden Cent wert. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Bei mir ist das ein Top-Produkt. Wie gesagt, ich habe es zum vollen Preis erstanden. Aber der ist jeden Cent wert. Unser Reinigungs- und Staubsauger-Roboter. Erstmal schon allein die Farbe, die Form. Das sieht schon mal richtig, ja, so Hightech aus. Genau, und so kommt er zu Ihnen nach Hause in dieser Verpackung, dass Sie das mal gesehen haben. So sieht er dann von vorne aus, quasi von oben, beziehungsweise von der Seite. Da ist selbstverständlich auch ein Ladekabel im Lieferumfang mit dabei. Das brauchen wir jetzt aber nicht, weil der ist, wenn der einmal vollgeladen ist, dann für 60 Minuten dann einsetzbar. Das heißt, für 60 Minuten fängt er an zu reinigen. Und das ist ein Reinigungs-Staubsauger-Roboter. Das heißt, ich drehe ihn mal um, damit wir uns das mal von unten anschauen können. Wir haben hier einen Einsaugstutzen. Das kennen Sie quasi von Ihrem Staubsauger zu Hause. Das heißt, dieser Reinigungs-Roboter, der staubsaugt jetzt Ihren Boden, und zwar selbstständig, ohne dass Sie irgendwas tun. Sie drücken nur einmal ein Knöpfchen und dann geht das von alleine los. Hier wird der Schmutz eingesaugt und das Ganze kommt in dann einen Staubbehälter mit 0,2 Liter Fassungsvermögen. Das bedeutet für Sie auch einfach dann zwischendurch mal den Staubbehälter ausleeren. Und ja, Beutel kaufen entfällt völlig dann. Oh ja. Zusätzlich haben Sie hier aber im oberen Teil, und deshalb Reinigungs- und Staubsauger-Roboter, haben Sie hier auch noch diese Wischaufsätze, die Sie hier einfach draufklipsen können. Und Sie können selber entscheiden, ob Sie jetzt hier dieses Wischtuch ein bisschen feucht machen oder ob Sie es trocken verwenden. Das ist natürlich genial, gerade für staubige Böden, für Böden, wo vielleicht ein paar Haare liegen, auch wenn Sie Haustiere haben, weil da wird optimal dann der Boden auch noch ausgereinigt. Diese kleinen Bürstchen, die wir hier haben, die rotieren, wenn man den anschaltet. Und da wird der ganze Schmutz reintransportiert. Ah, das heißt, auch wenn der rund ist, ich komme in jede Ecke rein. Genau, und so ein Roboter, der kostet original 200 Euro. 200 Euro ist der Preis. Und schauen Sie mal, was wir jetzt hier im Lagerverkauf gemacht haben. 69,50 Euro, das ist ein Wahnsinn. Für 69 Euro, da bekommt man ja nicht mal mehr einen handelsüblichen Staubsauger, den man auch noch selber hin- und herschieben muss, bei dem ich ständig auch noch die Staubsaugerbeutel nachkaufen muss. Das heißt, da hat man auch noch Folgekosten. Mit einem normalen Staubsauger komme ich auch nicht unter die Betten, unter die Schränke hier, sehen Sie es, unter die Stühle. Der macht das alles von ganz alleine. Hier sieht man gerade schön den Stoßlämpfer. Das heißt, wenn der irgendwo mal dagegen kommt, der fährt das nicht um, im Gegenteil. Der nimmt dann einfach nur eine andere Richtung ein. Der fährt unter Schränke, unter Tische, unter alles Mögliche durch. Und der ist auch richtig rein. Der ist erst dann zufrieden, wenn er wirklich alles sauber gemacht hat. Und hier sieht man auch nochmal schön, dass der eben auch nochmal kurz feucht durchwischen kann. Ist das nicht genial? Und er rauscht hier gerade bei uns durch das Studio. Ich habe ihn einfach mal angeschaltet, damit er hier mal fahren kann. 69,50 Euro für einen tollen Roboter. Der saugt für Sie und erwischt gleich. Jetzt sehen wir, hier ist jetzt der Stoßdämpfer. Dann dreht er direkt ab und fährt dann natürlich direkt in die nächste Richtung. Das macht der ganz toll. Jetzt fährt er hier einfach auch unter unser Pult. Also das ist super genial, oder? Der will in der Theke. Also der macht richtig viel Freude. Zack, kommt da wieder nach vorne. Der blinkt so toll. Und Anna hat natürlich recht, der fährt auch mal unter die Betten drunter, unter das Sofa. 69,50 Euro ist unser genialer Preis, den wir hier haben. Greifen Sie dazu. Das ist für die kleine Reinigung zwischendurch einfach nur toll. Weil Sie müssen nicht mehr so oft Staub saugen, weil der zwischendurch für Sie ja alles übernimmt. Ja, der übernimmt alles. 69,50 Euro. Das ist wirklich hier ein absolutes Geschenk, kann man schon fast sagen. Schauen wir mal auf Pearl.de, was unser Staubsaugerroboter dort aktuell kostet. Und da sehen Sie es gerade, knapp 90 Euro, der Neupreis. Und bei uns im großen Lagerverkauf, Pearl-TV-Lagerverkauf, für 69,50 Euro. Seien Sie schnell, schlagen Sie zu, weil das ist hier unser Bestseller. Wie gesagt, der hat die Möglichkeit, dass der nicht nur saugen kann, sondern auch hier auch mal feucht durchwischen. Und das ist so genial. 69,50 Euro. Ich habe ja auch keine Folgekosten, keine Filterbeutel, die ich ständig nachkaufen muss, die ja normalerweise auch sehr teuer sind. Also hier würde ich jede Zeit zuschlagen. Und das ist ein geprüfter Versandrückläufer. Sie haben 24 Monate Gewährleistung auf diese Produkte. In begrenzter Stückzahl, das müssen wir direkt sagen. Also nur, solange der Vorrat reicht. Deshalb bitte greifen Sie da schnell zu. Wenn Sie sagen, ich wollte schon immer so ein Gerät haben, dann ist jetzt die Möglichkeit, hier zum Schnäppchenpreis bei unserem tollen Lagerverkaufstag zuzugreifen. Eine tolle, tolle Sache. Und er spart Ihnen so viel Arbeit. Also toll für 69,50 Euro im großen Sale hier. Unser Lagerverkauf bei Pearl TV. Zugreifen, solange wir Stückzahlen haben. 24 Monate Gewährleistung auf die tollen geprüften Versandrückläufer. Ja, REF 57233 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren ersten Staubsaugerroboter. Und ich greife neben mich, denn es geht ja noch mit tollen Geschenken hier weiter. Und ich greife drunter. Genau, Kathi. Es ist super, dass du mich da hier ein bisschen drauf aufmerksam machst. Ja, wir haben nämlich noch einen Staubsaugerroboter für Sie. Und der kommt in dieser großen Box zu Ihnen. Sie sehen schon, der ist fantastisch in so einem schicken Rot gehalten. Und ich packe jetzt mal einen aus, damit wir uns das natürlich auch mal angucken können. Ich hole den mal da raus. Pass mal auf. Und jetzt... Sie Weihnachten so ein bisschen, das Auspacken, das ist toll, ne? Das ist echt toll. Also das ist wirklich genial. Wow. Da ist natürlich jetzt noch ganz viel Zubehör mit drin. Schauen Sie mal. Da ist noch eine Ladestation mit drin. Ich hole mal ein bisschen was noch mit raus. Der ist ja schick, hör mal. Der sieht ja toll aus. Da ist natürlich auch noch eine Fernbedienung mit dabei. Und da ist auch so eine Homebase, so eine Ladestation mit dabei. Die stelle ich mal hier hin. Die gucken wir uns auch gleich mal mit an. Okay. Weil das ist natürlich jetzt schon hier richtig professionell, was wir haben. Das ist ein Staubsaugerroboter vom aller, aller feinsten. Der macht Ihnen richtig Spaß zu Hause. Denn hier haben wir, ich drehe ihn mal um, einen richtig, richtig toll verarbeiteten Staubsaugerroboter. Diese Geräte, wenn man die zum Beispiel jetzt im Elektronikfachmarkt stehen sieht, die kriegt man normalerweise nicht unter 500, 600 Euro. Guck mal hier, der Neupreis 400 Euro, ne? Genau. Normalerweise. Das kosten die auch. Die sind unglaublich teuer. Und hier mit der Fernbedienung, mit dieser Homebase, mit dieser Ladestation, der fährt da selbstständig dran, um sich wieder aufzuladen. Warte mal. Das ist ein Knaller. Ich muss nicht dran denken, den zu laden. Das macht der automatisch. Der macht das automatisch. Und vor allem, der hat 90 Minuten Laufzeit. Der saugt 90 Minuten deine Wohnung, ihre Wohnung zu Hause dann. 90 Minuten arbeitet der. Super. Dann fährt der automatisch wieder an die Ladestation. Und Sie können ihn programmieren. Sie können ihm sagen, wann er fahren soll. Bestimmte Wochentage zum Beispiel. Können Sie sagen, fahr morgens um 9 Uhr immer los und mach deine Staubsaugerrunde. Und dann macht der das. Wir haben hier 11 Sensoren bei diesem tollen Staubsaugerroboter, die hier für eine perfekte Reinigung sorgen. Weil diese Sensoren natürlich nach dem Schmutz schauen. Wir haben hier so kleine Offroad-Räder. Das heißt, ihr fährt auch mal zum Beispiel über Schwellen oder auf Teppiche hoch. Das ist überhaupt kein Problem. Auch hier wieder diese kleinen rotierenden Bürsten, die den Schmutz sehr schön hier in diesen Einsaugstutzen dann hineintransportieren. Und als besonderes extra haben wir hier im unteren Teil noch eine tolle UV-Lampe, ein UV-Licht. Das sorgt dafür, dass auch Bakterien und Keime getötet werden auf Ihrem Boden. Das ist natürlich ganz wichtig, gerade auch wenn Sie Haustiere haben oder wenn Sie auch oft barfuß auf dem Boden laufen. Oder wenn Sie oft krank werden, dann sind wahrscheinlich Bakterien in Ihrer Wohnung oder Keime. Da ist so eine Lampe essentiell. Und das für 159,50 Euro, liebe Zuschauer. Der geht aus. Sie sehen es gerade eingeblendet. Seien Sie schnell. Ich finde das ja auch richtig intelligent, dass man da jetzt angeben kann, wann der saugen soll. Das heißt, wenn ich morgens um 9 zur Arbeit gehe, dann sage ich, ab halb 10 darfst du hier durchsaugen. Und dann komme ich von der Arbeit und lege meine Füße auf den Tisch, weil es ist ja alles schon gemacht. Und hier sehen wir mal diesen Staubauffangbehälter. Hier sieht man auch sehr schön, dass diese Filter zum Beispiel hier schon integriert sind, sodass da auch kein Schmutz irgendwie wieder in die Luft transportiert wird. Also das ist hier alles schon vorgesehen. Leert man dann einfach über Mülleimer aus, wenn der voll sein sollte. Aber da passen 0,5 Liter rein. Also das ist eine ganze Menge. Dann einfach wieder einsetzen hier in den Roboter. Dementsprechend dann wieder zumachen. Und schon ist der Start bereit. Der ist auch total süß, wenn man den anmacht, weil der dann so süße Töne von sich gibt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, wir sollten ihn, ich würde sagen, wir machen ihn einmal an, wenn er geht. Den könnte ich ja vom Prinzip ja auch vom Bett aus bedienen oder von der Couch. Wir liefern Ihnen nämlich noch eine Fernbedienung mit dazu. Das ist jetzt wirklich high-end. Das ist Luxus. Wenn man sich mal den Preis anschaut von 159,50 Euro. Da würde ich an Ihrer Stelle jetzt zuschlagen. Denn wir schauen uns mal auf pearl.de den Neupreis an. Da werden Sie es sehen. Knapp, ja, knapp 200 Euro. Da haben Sie hier wirklich eine Menge gespart. Wenn Sie jetzt hier zuschlagen. Und nochmal für 159,50 Euro. Da bekommt man teilweise Staubsauger, die Sie eben alleine noch bedienen müssen. Und diese Staubsaugerroboter macht für Sie die Arbeit. Denn Staubsaugen ist auch was ziemlich lästiges. Also wenn ich meinen Staubsauger bediene, ich habe danach immer so Rückenschmerzen. Wenn du da einmal die ganze Wohnung durch hast, da bekommst du ruckzuck Rückenschmerzen. Und hiermit sparen Sie sich das. Denn der macht ja alles für Sie alleine. Ist das nicht genial? Der ist super. Der ist total genau. Der fährt wirklich in jede hinterste Ecke, in jeden Winkel. Hier unser Konfetti doch. Wahnsinn. Der fährt dann auch wieder auf die Ladestation und lädt sich automatisch wieder auf. Man muss sich um nichts kümmern. Und dann, wenn Sie es programmiert haben, fährt er am nächsten Tag wieder automatisch los. Also absolut genial. Und solche Roboter normalerweise 400, 500, 600 Euro. Heute im Lagerverkauf 159,50 Euro, Anne. Das ist der Wahnsinn. 159,50 Euro. Bitte seien Sie schnell. Der geht aus. Deswegen gebe ich Ihnen hier nochmal die Bestellnummer. Das ist die REF 57253 und die 569. Das ist ein Hammerpreis. Kommt übrigens auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Bis vor die Haustür geliefert. Also da bitte seien Sie ganz, ganz schnell hier unser Staubsauger-Roboter. So, der Fußboden ist jetzt reingemacht. Der ist schön blitzeblank. Aber was noch viel schlimmer ist als Staubsaugen, ist Fensterputzen. Ich hasse Fensterputzen. Es gibt für mich keine schlimmere Hausarbeit. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe bei mir. Ich habe eine Deckenhöhe von 3,50 Meter. Und wenn ich da jedes Mal auf einer Leiter herumkraxel, das ist gar nicht mal so ungefährlich, ja? Kennen Sie das vielleicht auch? Ah, wir nehmen doch den mal. Ja, wir nehmen doch den mal. Genau. Wir haben ja mehrere für Sie. Unser Regal ist so voll. Wir schauen hier mal, was wir da für Sie haben. Und zwar einen, da sehen wir schon, intelligenten Fensterputz-Roboter. Auch hier als geprüfte Versandrückläufer. Das heißt auch hier, diese Geräte vielleicht doppelt bestellt aus Versehen. Vielleicht war derjenige nicht zu Hause, der ihn bestellt hat. Kommen zurück, werden selbstverständlich noch mal überprüft. Und dann bekommen Sie diese Geräte jetzt richtig reduziert. Sie sehen den ursprünglichen Preis für so einen Fensterputz-Roboter. Solche Geräte liegen bei 500, 600 Euro normalerweise. Auch hier vom Hersteller der empfohlene Preis 599,90 Euro. Wir dürfen den jetzt für 199,50 Euro versandkostenfrei rausgeben, solange der Vorrat reicht. Wir haben auch hier nur eine ganz begrenzte Stückzahl. Und diese Geräte sind super. Weil wie du gesagt hast, Anne, Fensterputzen ist mit eine der lästigsten Aufgaben, die es überhaupt gibt. Das ist ganz, ganz was Furchtbares. Und auch, ja, ist körperlich unglaublich anstrengend. Also ich habe da allein schon meine Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß gar nicht, ich kriege immer wirklich ein bisschen mit der Angst, wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel meine Oma, dann immer da die Leiter rausholt. So, ich kann das auch nicht sehen. Und dann mit dem Wasser auf die Leiter anfängt zu krabbeln, mit dem Wassereimer. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wenn ich dann nur von rede, guck dir das mal an, da kriege ich sofort eine Gänsehaut. Weil da habe ich so Angst, ja. Bitte, wenn auch Sie schon ein bisschen älter sind, muten Sie sich das nicht mehr zu. Es passieren wirklich viele tödliche Unfälle beim Fensterputzen. Investieren Sie einmal in so einen Fensterputzroboter. Gerade heute bei uns im Lagerverkauf ist der so günstig. Das sind keine 200 Euro. Und dann kommt der zu Ihnen nach Hause. Und der ist fantastisch. Der saugt sich an jedem Fenster einfach dank einer Unterdrucktechnik fest. Das heißt, Sie setzen den einfach ans Fenster an, schalten den an und der saugt sich sofort fest. Und dann haben wir diese rotierenden, tollen Tücher aus wunderschönem Mikrofasertücher. Genau. Richtig tolle Mikrofasertücher, die hier so drüber gezogen werden. Und die kann man auch wunderbar in die Waschmaschine stecken und dann waschen, also reinigen. Können Sie also immer wieder verwenden. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und die haben ein optimales Reinigungsergebnis. Ob Sie die jetzt trocken verwenden, um einfach nur den Staub von der Fensterscheibe wegzubekommen. Oder ob Sie die ein bisschen mit einem Fensterreiniger vielleicht auch anfeuchten. Das bleibt Ihnen überlassen, liebe Zuschauer. Je nachdem, wie verschmutzt dann auch die Scheiben sind. Das können wir ja hier schlecht beurteilen. Das hängt ja ein bisschen von der Wohnsituation auch immer ab. Aber der macht das wirklich sehr, sehr ordentlich. Und dann setzt man den einfach dran. Und ja, dann lässt man den arbeiten. Und schon ist das Fenster dann sauber. Und wenn der fertig ist, dann piept der. Und dann nimmt man ihn ab und setzt ihn zack an das nächste Fenster. Und das war's. Das ist eine super Sache. Und egal, was das für Fenster sind. So ein Terrassenfenster, Schaufenster, Wintergarten. Den kann ich wirklich überall einsetzen. Auch mal an einer Glasscheibe oder einem Spiegel. Und der Preis. 199,50 Euro. Ist sensationell. Wir schauen auch mal auf pearl.de. Dort machen wir mal so einen kleinen Preisvergleich. Da sehen Sie es hier. Der Original-Neupreis liegt bei knapp 270 Euro. Boah, überleg mal. Man spart hier jetzt einfach so mit unserem Versandrückläufer. 70 Euro. Sie sparen jetzt gerade, weil Sie hier bei uns eingeschaltet haben. 70 Euro, liebe Zuschauer. 70 Euro. Das ist eine Menge Geld. In die Leitung gehen, oder? Da greifen Sie doch jetzt zu. Dann haben Sie einen Fensterputzroboter und müssen nie wieder Fenster putzen. Sie sparen sich so viel Zeit. Überlegen Sie mal, wie lange Sie immer beim Fensterputzen beschäftigt sind. Wie allein diese Vorbereitung, was für Zeitaufwand dann ist. Der Wassereimer muss vollgemacht werden. Dann suchen Sie sich all Ihre Putztücher zusammen. Dann wird der Abzieher gesucht. Ehe man das dann alles rausgeschleppt hat. Bei mir auch. Ich habe große Fenster. Ich muss immer erst die Leiter noch aus dem Keller holen. Das ist ein riesiger Aufwand. Und dann ist man da beschäftigt. Und dann ist es draußen jetzt momentan so bitterlich kalt. Im Sommer ist es viel zu heiß. Dann hat man Kreislauf. Dann tut der Rücken weh. Dann hat man keine Lust mehr. Und dann kommt ein Sonnenstrahl. Dann sieht man, alles ist voller Schlieren. Einmal hier für unter 200 Euro gekauft. Und Fensterputzen gehört der Vergangenheit an. Das ist schon toll. Also das klingt schon wirklich fast zu schön, um wahr zu sein. Wir können nur sagen, probieren Sie es aus. Das ist so genial. Innerhalb von kürzester Zeit reinigt der so große Flächen. Sie müssen jetzt nur noch bestellen und anrufen. Die Bestellnummer hierfür ist die REF 58053 und die 569. Ein Top-Produkt. Ein absoluter Knöller. Wie gesagt, diese Reinigungspads, die liefern wir Ihnen natürlich mit. Die stecken Sie später einfach in die Waschmaschine. Und das ist auch ein tolles Beispiel. Die Badezimmerfliesen. Ja, auch die. Da setzt sich natürlich gern mal der Kalk ab. Oder falls Sie Haarspray benutzen, dann natürlich auch das klebrige Haarspray. Und ja, also wer macht sich schon die Mühe und reinigt sich die Fliesen da aus? Das macht ab sofort Ihr kleiner Helfer. Und Sie müssen nichts mehr machen. Toll, oder? Greifen Sie dazu. Das ist so eine tolle Sache. Fernbedienung wird auch noch mitgeliefert, sodass Sie den auch nochmal an Stellen vielleicht steuern können, wo ein bisschen hartnäckigere Verschmutzungen sind, wenn Sie möchten. Oder halt einen der drei Reinigungsmodi dann anwählen können. Eine tolle Sache für unter 200 Euro. Heute bei unserem großen Lagerverkauf hier, nur solange der Vorrat reicht, Versandrückläufer. Und selbstverständlich haben diese Produkte, die wir Ihnen heute zeigen, 24 Monate Gewährleistung. Ja, das sind Versandrückläufer, aber die haben 24 Monate Gewährleistung. Sie bekommen tolle Preise. So auch beim nächsten Produkt, was wir hier für Sie haben. Und auch da haben wir einen Fensterputzeroboter. Schauen Sie mal. Da ist er. Das ist das ganz neue Modell, was wir hier für Sie haben. So kommt er zu Ihnen nach Hause. Schauen Sie mal. Der ist natürlich schick. Sieht so aus, wenn er dann zu Ihnen kommt. Da ist auch ein ganzer Umfang an Reinigungspätzen mit dabei. Das sehen Sie jetzt sehr schön. Das sind diese Pats. Die sind bei dem jetzt eckig, die Sie hier drauf machen. Die werden hier mit Klett befestigt. So einfach draufgeklettet. Und die kann ich immer wieder verwenden, oder? Auch die kannst du immer wieder verwenden. Das ist auch Mikrofaser. Ist sehr pflegeleicht. Du packst einfach bei 30, 40 Grad mit in die Waschmaschine rein. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Beschaffenheiten. Wir haben einmal dieses hochflorige Mikrofaser. Das ist etwas flauschige. Das sind diese blauen Pats hier. Sieht man sehr gut. Die sind um zu entstauben gedacht. Also um die Fenster mal so ein bisschen abzureinigen, wenn die staubig sind. Bei stärkeren Verschmutzungen würde ich hier dieses feste Mikrofasertuch, also das gelbe, empfehlen. Das kann man auch sehr gut mit ein bisschen Glasreiniger dann besprühen, sodass man da auch die Scheibe sehr schön feucht ausreinigen kann. Am besten so an die Ecken so ein bisschen feucht machen. Also eine tolle, tolle Sache. Da einfach das passende Mikrofasertuch auswählen. Und auch bei diesem Fensterputzroboter gilt, einfach an die Scheibe ansetzen. Denn auch hier haben wir diese fantastische Ansaugtechnik. Das heißt, egal auf welcher glatten Fläche im Endeffekt, nicht nur auf Fensterflächen, sondern auch auf einer Spiegelfläche. Auch auf einer großen, beim Spiegelschrank zum Beispiel, wenn Sie sowas zu Hause haben. Duschkabine. Duschkabine, auch ganz klassisch. Oder auch die Spiegelfliesen oder der Fliesenspiegel bei Ihnen in der Küche oder im Badezimmer. Da können Sie es einsetzen. Einfach draufsetzen, anschalten. Das ist eine gute Idee. Gerade in der Küche, wo man ja auch viel mit Fett hantiert, also Öl, das spritzt dann immer so. Also bei mir ist das so, das spritzt schön dann an die Fliesen. Und so sieht das dann auch aus. Und wenn du dann mal nur mal schnell mit dem Lappen drüber wischst, wenn dann die Sonne reinscheint, dann sind das alles so schlieren. Der macht das natürlich viel professioneller. Und ich finde das auch toll, gerade vielleicht sagen Sie ja, oh, das kann ich gut gebrauchen. Ich wohne an einer Straße. Ja, das heißt gerade die Seite zur Straße hinaus, die ist immer besonders verschmutzt. Oder vielleicht wohnen Sie, ja, Hochparterre oder vielleicht auch ebenerdig. Wenn es da mal regnet, dann sehen die Fenster auch ziemlich schmutzig schnell aus. Und da kann man hier auch mal sagen, Mensch, den setze ich jetzt schnell auf. Da muss man nicht erst die Leiter rausholen, den Wassereimer, die ganzen Putzmittel zusammensuchen, wie du gerade gesagt hast. Das geht doch viel einfacher. Und wissen Sie, nicht nur ein tolles Geld, was Sie da hier sparen, sondern auch Zeitersparnis. Also wenn man wirklich eine große Wohnung hat, bis man einmal alles durchgereinigt hat, da gehen locker mal zwei Stunden flöten, oder? Und das ist eigentlich viel wertvoller als alles andere. Also als das ganze Geld, was Sie heute bei uns im Lagerverkauf sparen, ist die Zeit, die Sie sich hier sparen beim Fensterputzen. Weil das ist Ihre Lebenszeit. Das ist Ihre Freizeit, die Sie hier sparen mit so einem Fensterputzroboter, weil Sie nie mehr wieder Fenster putzen müssen. Das ist eine geniale Sache. Und dass Sie dann noch im Lagerverkauf hier heute gelandet sind, ja, das ist Ihr Glück, weil da sparen Sie nochmal richtig viel Geld. Ja, man soll ja auch mal ein bisschen Glück im Leben haben. Und gerade nach der Weihnachtszeit, wo man ja eh schon viel zu viel Geld ausgegeben hat für die Weihnachtsgeschenke, haben wir uns gesagt, Mensch, Sie sollen jetzt hier nochmal richtig sparen. 249,50 Euro. Natürlich liefern wir Ihnen auch noch die Fernbedienung hier gratis mit dazu. Das heißt, Sie können auf dem Sofa praktisch Ihren Fensterputzroboter steuern und versandkostenfrei kommt er ja auch noch zu Ihnen nach Hause. Also da haben Sie auch wieder gespart. Eine geniale Sache. Wenn Sie ihn bei zum Beispiel Dachschrägenfenstern verwenden, und das dürfen Sie selbstverständlich, auch da saugt er sich hier mit dieser Unterdrucktechnik dann fantastisch fest. Da haben wir noch im Lieferumfang ein kleines Sicherungsseil mit dabei, dass man ihn vielleicht auch gerade, wenn es ein bisschen windig ist, nochmal zusätzlich absichern kann. Das ist im Lieferumfang mit dabei. Aber generell auf allen Fensterflächen, also auch bei Dachschrägen kann man ihn verwenden. Auf Wintergartenfenstern kann man ihn wunderbar verwenden. Da haben wir viele Kunden, die uns wirklich begeistert geschrieben haben, muss man schon sagen, die sind schier durchgedreht, haben gesagt, oh mein Gott, endlich eine Lösung. Weil da waren welche dabei, die haben wirklich große Wintergärten auch, mit zum Teil über 30 Fenstern. Und die haben gesagt, endlich können wir hier reinigen. Also eine tolle, tolle Sache. Und heute mit einer Preisersparnis, die wieder fantastisch ist. Neu kostet so ein Profi-Fensterputzroboter 550 Euro. Und wir haben hier wirklich nur eine begrenzte Stückzahl als Versandrückläufer, die wir heute im Lagerverkauf für 249,50 Euro rausgeben dürfen, versandkostenfrei. Sie haben es gesehen, die ganzen Mikrofasertücher in diesen zwei Ausführungen sind im Lieferumfang mit dabei. Das Sicherungsseil ist mit dabei. Sie haben selbstverständlich das Netzteil mit dabei. Die Fernbedienung ist mit dabei, um den dann auch zu steuern. Das ist wirklich ganz lustig, wenn man das das erste Mal macht, wenn man den dann vom Sofa aus oder von seinem Lieblingssessel aus dann steuert und da die Fenster putzt. Also greifen Sie dazu. Das ist die beste Anschaffung, die Sie bestimmt dann gemacht haben. Vor allem, wenn man die jetzt auch so günstig hier bei uns bekommt. Im Lagerverkauf, solange der Vorrat reicht, unsere Versandrückläufer. Du sagst es, solange der Vorrat reicht. Wir können Ihnen nicht garantieren, dass wir wirklich noch beliebig viele Stückzahlen haben. Denn viele haben natürlich auch schon beim Neupreis zugeschlagen. Und den schauen wir uns gerne mal an auf pearl.de. Da sehen wir nämlich den Preis. Hier sehen Sie es knapp 300 Euro. Das ist ein super Preis, muss man wirklich sagen. 300 Euro, die kosten, du hast es gesagt, sonst knapp 550 Euro. Bei uns hier für diesen super Preis müssen Sie ganz, ganz schnell sein. Denn wie gesagt, Sie sparen hier nicht nur bares Geld, sondern auch noch Zeit. Und Sie alle wissen, Zeit ist so wertvoll. Man hastet morgens zur Arbeit, man macht die Kinder schnell fertig, dann noch die Stullen für den Ehemann, für die Arbeit. Ja, und wann macht man dann die Fenster und den Haushalt? Hm, am Samstag, ne? Und da könnte man doch eigentlich mit den Kindern mal schön spazieren gehen oder mit dem Ehemann mal wieder essen gehen. Und das können Sie auch machen, denn Sie holen sich hier mit wertvoller Zeit nach Hause. Einziger Nachteil, Sie müssen jetzt wirklich ganz, ganz schnell sein. Denn wer hier zu lange wartet, da kann es sein, dass die bald ausverkauft sind. Wir sind im Lagerverkauf, ganz, ganz schnell sein. Unser großer Sale-Out hier bei Pearl TV, unsere Reinigungsroboter jetzt schnell bestellen. Wahnsinn, die Preise, die wir heute machen.